So meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever Heute in Usherbottel, fangen wir an. Warum in Usherbottel oder Usherbottel? Die Sache ist, ich habe erstens gemerkt, wir haben hier zwar eine Zuglinie, wo drauf ein Zug fährt. Jeder Zug ist alt, den will ich erstmal erneuern und dann will ich die Strecke erweitern, weil das Dämliche ist, an dieser Strecke, das gucken wir uns gleich mal an, Übersicht hier, Usherbottel-Detersee-Drebs-Detersee. So, das heißt, es ist eine sehr, sehr lange Strecke. Die Sache ist aber, wir verbinden, wir haben noch nicht den Zug bis nach Klötchen geschafft. Nach Klötchen möchte ich auch noch einen Zug, beziehungsweise Usherbottel-Dreblitz-Klötchen, fällt mir gerade so ein, dass wir hier vielleicht ein Dreieck fahren. War ja auch einmal geplant. Die Sache ist bloß, das haben wir noch nicht durchgesetzt. Jetzt würde ich sagen, bauen wir diesen Bahnhof mal auf zwei aus. Und das sieht eigentlich relativ okay aus. Wie gesagt, bauen wir erst mal aus. Und da bauen wir mal, okay, beginnen. Es wird jetzt ein kleines bisschen Umbaufolge, ich würde mal sagen, das können wir mal ein kleines bisschen vorspulen, weil die ganze Zeit Umbaufolgen oder Erweiterungsfolgen sind vielleicht nicht ganz so interessant. Beziehungsweise ich will ja auch hier, die Höchstgeschwindigkeit habe ich auch noch und da muss ich auch noch was machen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Wie gesagt, viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 23 also hier noch mal um und zwei noch mal davon davon eine neue linie braucht man oh mein gott so und zwar von hier oh jetzt jetzt kommt ein haufen zeug jetzt muss man mal gucken also wir hätten den opel blitz das bedeutet wir bauen gleich den opel blitz um so stopp linie übersicht wir müssen hier so dann bauen wir hier die ganzen fahrzeuge von dieser linie um linie 4 fahrzeuge die vier fahrzeuge gehen komplett weg wo ist denn linie 4 nein ich brauche linie 4 linie 4 ja die machen zwar bloß aber viel zu wenig sind werden die hier verkauft und straßenfahrzeuge kommt der blitz rein 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so diese zähne gehen auf die linie 4 viel wird neues gemacht viel viel neues so die position muss eigentlich gesteigert werden auf der strecke mehr plus einzug unterwegs dann holen wir uns vielleicht noch einen zweiten zug jetzt dazu wir haben ja genug geld dann könnten wir mit dem zweiten zug können wir das krokodil nehmen 75 kmh ich weiß ja gerade nicht was wir hier dran haben das ist die flying scott man die fährt 100 die fährt schneller als das krokodil was ist mit der 145 die fährt schneller als das krokodil haben wir uns eigentlich zwei mal würde ich sagen zweimal ist kurz die hier fahren wir in depot wird verkauft so jetzt brauchen wir güter wagen güter da haben wir jetzt noch den verbund der hat eine kapazität von 8 1 2 3 4 5 7 9 9 10 so jetzt ein paar nach oben so dass beide zügungen vergleich sind so ist der ist schon auf seiner strecke das ist sehr gut trotzdem sind es sehr wenig vergangen so müssen wir jetzt hier die produktion extrem hoch steigern ich mache das gerade nicht weil ich das geld habe das war auch 152 kann man machen sondern auch weil man einfach die produktion extrem steigern müssen im moment das geht mir gerade keine sorgen mehr das ist aber linie zu weisen die wenn jetzt alle auf essen für die tätersee so ein lass ich umdrehen in den nächsten lass ich durchfahren so 152 ich glaube das reicht erstmal weil das essen hier ist auch ziemlich ziemlich viel so linie 11 hat noch nichts linie jetzt muss man auch mal alles ändern theoretisch kümmert ruhig sogar drei zu gefahren ist aber ich glaube das wäre zu viel so was kann man denn das nächste machen weil ich konnte wie lang der port jetzt eigentlich geht habe ich so eine ungefähre zeit vorstellung naja ich würde mal sagen das war es mit dem nächsten part nächsten part werden wir noch mal ein bisschen noch ein bisschen was erneuern werden wir mal schauen wo wir da sind weil ich hier die ganze strecke die fahren ja noch die alten mercedes und nicht die opel die strecke kann man hier verschnellern ich glaube das ist ich weiß gar nicht wie schnell die 80 dürfen die glaube ich hier fahren ja 80 maximal ich werde doch schon das mal auf 100 locker hochgehen was kommen ja noch ganz ganz viele andere fahrzeuge dazu und würde man sagen wenn euch das ganze part gefallen hat gibt noch einen moment den daumen nach unten schreibt mir in die kommentare mehr davon sehen würdest du auch nicht dann müssen wir nächstes mal sagt der meines wort tschau tschau